Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Mordsvorstellung hier auf Kornhav. Wir schauen uns jetzt den Mercedes-Benz MBTRAG 6570 an, Version 1.0. Das Ganze wurde konvertiert bei Bertl 123, Grundmodell stammt von Bernie 456, Sound von Peter, aha. Findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Kompakttraktoren. Ja, wunderschön, hier haben wir das Ganze, Mercedes-Benz MBTRAG Alt, so heißt der Ingame, 65 PS Standardleistung, 130 Liter Diesel, 40kma Maxspeed für 38.000er Anschaffung, 1.938 im Leasing. Fekkenfarbe kann geändert werden von Rot in Silber in Gelb-Grün und stehen mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Klimaanlage, Rundumleuchten, Arbeitsbeleuchtung, Terminalhalter und Terminals, sowie Motorausführung und Frontladeranbau, insgesamt 10 ganze Konfig-Blöcke zur Verfügung. Fangen wir erstmal an, Reifenherstellerstandard gemäß Trelleburg mit Standard, dann gibt es das Ganze noch als große Räder, als Forstbereifung und dann war es das auch schon. Michelin gibt es nur Pflegebereifung und Nugian gibt es nur diese Grünlandbereifung und dann sind wir auch schon wieder bei Trelleburg angekommen. Design ohne LU-Schilder, mit LU-Schilder, sieht man dann dementsprechend hier, sollte selbsterklärend sein. Klimaanlage ohne Klimaanlage und mit Klimaanlage, sollte auch selbsterklärend sein. Und Umleuchten keine, links, rechts, links, unrechts. Arbeitsbeleuchtung ohne, hinten, vorne oder eben vorne und hinten. Terminalhalter, kein Terminalhalter, Terminalhalter 1, Terminalhalter 2 und Terminalhalter 3. Dazu gibt es dann noch, je nachdem was ihr ausgewählt habt, Terminal ohne Terminal, Terminal 1, 2 und 3. Ihr könnt das natürlich theoretisch auch ohne machen, sieht aber scheiße aus, ne? Klar. Ähm, so, weiter geht's mit Motorausführung, MB-Trag 65, 70, 700, 800 und 900. Heißen Wunkerschluss 65 PS, 75 PS und 85 PS. So, Frontladerhandbau, keiner, mit Frontlader, Aloe und Hydro-Track, sowie Hauer. Jo, sind wir einmal komplett durch. Schauen wir uns das Ganze mal hier dementsprechend an. Ich hab mal das volle Paket genommen. Also alles aktiviert, was man so aktivieren kann. Die Trelle begreifen, hier in der Variante Standort in dem Fall, sehen top aus. Genauso wie die Felgen, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Das Logo vom Lund-Unternehmen, das ist wohl ein Lund-Unternehmen aus Bayern. Logischerweise, wie man es unschwer erkennen kann, was hier mit so drauf ist, sieht soweit auch in Ordnung aus. Was halt prinzipiell da auffällt, die Texturqualität ist noch nicht zu 100%ig das, was es gegebenenfalls sein sollte. Ich meine, wir haben hier unten den Rost, also sollte ich mal Rost ausstellen. Der ist arg unscharf, genauso wie hier diese einzelnen Teile. Und man sieht auch ein paar Pixelfragmente hier in der Textur drin. Ich weiß nicht, wie gut man es am Ende des Tages auf YouTube sieht. Aber, ja, okay. Ansonsten, vorne Mercedes-Stern, Kennzeichen logischerweise, mit dran, was schon mal sehr schön ist. Und dann eben die Schlinger mal leuchten. Wir haben hier oben die Wa-Eco, wie man so ausspricht, Klimaanlage mit drauf, Arbeitslichter vorne, die ich da zusätzlich mit ausgewählt habe. Ja, dann auch noch hier den Frontlader, habe ich hier so einfach mal mit rangemacht. Sieht aber soweit auch vollkommen in Ordnung aus. Man kann natürlich auch in den Motorblock reinschauen. Bremslichter, äh, Bremslichter vor allen Dingen, Blinker und Co. Sind natürlich auch immer dabei. Auf der Gegenlüge im übrigen Seite das gleiche in grün, was die Textur angeht. Hinten im Mac-Bereich, dann nochmal Bremslichter, Blinker. Hier nochmal ein Kennzeichen. Dann dementsprechend die üblichen Anschlüsse, wie man es eben so kennt. Äh, hinten hier nochmal die zwei Runde umleuchten, inklusive Arbeitslichter. Sieht soweit utopi aus. Das Mercedes-Benz, was hier da steht, auch noch wie gesagt leicht verpixelt. Ähm, im Innenbereich selber auch. Haben wir einen schönen Sitz? Sieht ordentlich aus. Wir haben hier ein Lenkrad mit Mercedes-Stahnen in der Mitte. Das lässt sich schon mal bewegen, was sehr schön ist. Wir haben hier vorne die Armaturen mit dran. Da kann man sowas eigentlich auch erstmal sehen. Alles, was Phase ist. Hier einmal die drei Terminals, die ich da zusammengenommen habe. Dann ist das Lemken, dann irgendwas von John Deere. Und das in der Mitte. Da seid ihr Experten, bitteschön. Hebel, Schalter, alles mit dabei. Oben die Klimaanlage. Sieht soweit eigentlich auch ganz gut aus. Äh, was mir hier aufgefallen ist hinten. Ihr seht das hier an der Säule. Ähm, man könnte denken, es ist ein Grafikfehler. Aber es sind halt einfach nur die Texturen. Das sieht noch nicht so 100%ig schön aus. Äh, aber ansonsten ist das in Ordnung. Spiegel haben wir links und rechts. Weiche. Äh, die werden natürlich durch die Terminals jetzt hier in dem Falle mit bedeckt. Und haben leider auch diesen Grausschleierfehler. Sehen wir uns aber später nochmal an. Ja, das erstmal prinzipiell, äh, dazu. Ist wie gesagt, okay. Gibt noch ein paar Stellen, wo man es definitiv verbessern, äh, könnte. Aber, ja, hören wir uns erstmal den Säule an. Äh, 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 äh. Selee Barberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber schön zu sagen können schreiben wir dann in die bewertung mit rein ansonsten gibt es aber hier schon mal nicht wirklich wieder zu sagen hat sich wirklich gut anpassend wie immer auch immer so schön sagt so kommen wir zum thema funktionalität ihr seht unser fahrer ist in dem falle leider nicht animiert also zwei hände aber in dem sinne am lenkrad dran das sieht nur so halbwegs so halbwegs ordentlich aus aber jetzt hier unten an den füßen tut sich momentan ebenfalls noch nichts wir haben in diesen armaturen da drin glas mit drin was zwar sehr schön ist und das ganze so animiert ganz klar laut modder selber haben wir auch noch im innerraum die öl temperatur den luftdruck und die wassertemperatur die damit animiert ist schick schick aber wenn ich jetzt hier einmal noch drauf drücke warm blinker wird separat mit angezeigt blinker links blinker rechts auch die umleuchten haben hier ihr eigenes teil wenn man die nacht reingehen haben wir jetzt die armaturen an sich selber nicht mit beleuchtet also wir sehen weiterhin das und das ist alles schön lichtet separat nicht und die armaturen selber das ist dieser kleine digital das tarot display da drin das zeigt uns dann auch in der nacht in grüner farbe an wie schnell wir fahren und je nachdem wie hell oder wie dunkel es ist sieht man auch was aber ist aber soweit auch erst mal mit bei den spiegeln sieht man jetzt hier noch mal relativ deutlich man sieht was gerade recht sieht man dass da deutlich es ist halt alles dieses grau in grau wenn ich jetzt mich von der sonne wieder abwende sieht man mehr aber das soll natürlich nicht so sein ja auch ganz klar gut immer noch mal kurz in die nacht rein checken das ganze von außen blinker sind nämlich außen alle da reflektieren soweit auch alles hobby genauso wie die rund um leuchten sind hoch da die reflektieren soweit auch war mal ja kurze nach richtung bäume kann man erkennen ist zwar eine schwache reflektion momentan noch aber sie reflektieren das passt dann ansonsten haben wir eben normales fahrt licht hinteres arbeitslicht und vaters arbeitslicht geht mit einem bett 5 6 ein und aus auch die zusätzlichen arbeitsleuchten funktionieren ohne probleme aber hier drunter wird zeit separat in dem fall nicht doch mal mit angezeigt so gut ist natürlich auch da passt wir haben da ist sie control die über die lehrtaste wie immer aktivieren könnt da haben wir erstmal das übliche wir können den beifahrersitz öffnen beziehungsweise wieder einklappen wir können die fahrtür öffnen darum immer ein bisschen und wieder schließen das ganze geht auch mit der beifahrertür wenn ihr die terminates habt können sie ein bisschen fummelig werden geht aber trotz all dem wir können hier hinten die heckscheibe runter und wieder hoch schieben auch satan und wir haben hier vorne im f1 menü da zug mal nach unten wir achten das zug mal ist jetzt hier da jetzt drücke ich einmal hier drauf sagt geht das hier hinten rein das geht so nach oben fertig wenn ich wieder drauf drücke sagt geht das super dementsprechend wieder mit dran sind wir sagen höchstgeschwindigkeit 45 km haben haut soweit auch in fahrphysik ist soweit auch angenehm selber wird noch dieser stil gardien smott da empfohlen wer den möchte funktioniert in dem falle ich brauchen oder will jetzt in dem falle nicht mit hafen ansonsten ist das soweit alles sehr sehr angenehm da wüsste ich nicht was dagegen spricht auspuff qualmen und natürlich waren auch dabei je nachdem wie stark ich besteunige sieht man das auch ich denke mal das ist mit rübergekommen so war mal einen kleinen test ich weiß nicht inwiefern das packt ohne dass er da dementsprechend hand gibt aber der menschen macht aber schauen wir einfach mal auch hier bordsteine zack zack ohne probleme läuft soweit so einmal nach hinten einmal dran ja gut gebacken also erstmal prinzipiell hydraulik funktioniert sound haben wir da dynamische kabel schleuchte sind auch alle mit da passt das bestanden würde ich sagen auch wenn das teil natürlich für das gerät to match ist ist mir bewusst thema log ist sauber könnt ihr euch bedenkenlos downloaden ohne probleme nun also auf jeden fall ein sehr sehr schöner im betrag muss man wirklich sagen das passt soweit vielleicht wie gesagt noch an den ein oder anderen stellen was hier die textur so angeht noch mal ein bisschen nachbessern aber ansonsten top teil wunderbar gibt es nicht zu meckern download empfehlung definitiv da und link inklusive bewertung ist in der video beschreibung verlinkt ich danke wie immer fürs zuschauen wir sehen uns im nächsten video wieder wenn ihr mögt lasst ein teubchen und ein abo da wenn es euch gefallen hat und bis dann auch noch ranne tschüssigowski